Ich kann schnell Luft holen zwischendurch. Ich glaube, dafür brauche ich das Messer, um den zu zerlegen, oder? Kann das sein? Oh, das muss ich mir merken. Hier neben dem Wrack links. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt habe ich natürlich kein Messer dabei. Was ist hier passiert? Schlag auf Schlag, ey, hier geht's ab. Nein, falsch. Wo war das? Was? Wo war das? Scheiße. Fuck. Scheiße, scheiße. Oh Mann, ey, ich bin so eine Bremsbirne manchmal, das gibt's gar nicht. Das war doch neben dem Wrack. Wrack. Neben dem Wrack? Oh Gott, ey. Leute! Merkt euch das doch jetzt endlich mal. Das gibt's doch jetzt nicht. Sah man das nicht von über Wasser aus? Scheiße. Der wäre mir so lecker gewesen, bestimmt. Wie sieht's denn aus? Oh Gott, ich bin wieder... Oh Gott, ich bin wieder... Oh Gott, ich hab mich von dem... Von dem Scheiß erholt. Von der Idiotenaktion, von der Palme runter zu springen. Hier neben war das, oder? Neben dem Wrack? Nein. Ähm. Tja, wo war das? Hier nicht? Muss ich jetzt die Aufnahme beenden und schnell schauen und mir die letzte Aufzeichnung angucken? Ähm. Nein. Ich glaub, das sah man wirklich nicht von der Oberfläche, ne? Das... Das Case. Da war so ein Wrack mit so einem Case drin. Oh, das ist grad ein bisschen diesig vielleicht und man sieht es deswegen nicht. Nee. Ich bin doch vorhin, zack, 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 so, und dann bin ich hier losgegangen und bin ins Wasser gegangen. So, zack. Wie man... Das ist echt der Knaller. So. Und da hab ich dann den Rochen irgendwo gesehen. Ach, guck mal hier, ne? Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hier, Kokosnuss gefunden. Sehr gut. Ähm. Scheiß. Ich Idiot. Ich Idiot. Tja. Ja, ich würd sagen, dann scheiß drauf. Scheiß drauf und, ähm... Nee, doch einmal hier gucken. Ich meine, das war doch hier irgendwo. Ah, hier irgendwo war das. Wie sie jetzt alle wahrscheinlich sagen, jetzt nach links, jetzt nach rechts, jetzt nach geradeaus. Guck mal, das sind andere Fische sogar. Oh, das hätte ich aber auch nicht gedacht. Saud. Gut. Ja, äh, egal. Äh, wir gehen dann jetzt mal kurz... Was müssen wir? Wir müssen gar nichts. Das ist toll. Müssen etwas müssen. Ist immer scheiße. Gott sei Dank, das Fireburn noch. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas Sinnvolles noch, ähm... kochen kann. Kochen kann. Oh, aber geil. Ding, 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 ding. Aber ich hab nix, ne? Ich könnte höchstens mir Krabben holen, aber Krabben waren hier nicht, ne? Oder waren hier Krabben? Krabben waren hier nicht. Ich hab immer das Gefühl, äh, dass ich tausend, dass ich sag, tausend Sachen, ich will das und das machen. Die muss man, glaub ich, vorher kaputt hauen, ne? Mh, mit dem Speer. Ich will immer tausend Sachen machen und dann bin ich abgelenkt und dann verchecke ich's wieder. Ah ja. Mhm. Da ist noch eine. Oh, die sind aber so little, hey. Da wird doch keiner von satt. Naja, gut. Die lassen wir noch ein bisschen, ein bisschen wachsen. Und guck mal, da ist noch ein Stein. Also Steine, ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber auf jeden Fall ist sie scheinbar eine schier unergründliche Quelle Steine. Eine Steinquelle. Wer kennt sie nicht? So. Die Jucca müsste ich auch wieder ernten. Ja, ich weiß, ich wollte den Hai jagen gehen. Ich drück mich. Da vorne vielleicht? War da der Rochen? Hier an der Kiste? Guck mal, hier an dem Ding? Nee. Oh, der Echt, dass man auftaucht nicht mit, mit Dings, das nervt mich. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren. So, weiter, weiter, weiter. Ich hab's immer noch nicht aufgegeben, ne? Merkt ihr das? Jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, denke ich mir, hier muss er doch sein. Hier irgendwo. Das gibt's doch nicht. Irgendwo war doch das Ding mit der Kiste drin. Das, also. Hör mal, hör mal. Das ist doch nicht... Oh, ein Seestern? Oh, da kann ich nichts mit machen. Schade. Drop it like it's hard. Drop it like it's hard. Ich muss doch hier survivlen. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt bin ich aber auch einmal im Kreis. Und ich bin, glaube ich, vorhin irgendwie in einem Paralleluniversum oder sowas. In einem Paralleluniversum hab ich den Rochen erlegt, glaube ich. Auf einer Parallelinsel. Ob sich die Haie merken, wenn ich, äh, 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 die lege ich mir jetzt mal hier drauf, damit ich sie besser wiederfinde. Wenn ich sie töte, also unter Motto so, die I, das ist nicht mehr zu spaßen. Da will ich aufpassen. Die ist, die ist, boah, so. Ja, das Feuer ist Gott sei Dank ausgegangen, glücklicherweise. Das nehmen wir jetzt doch mal alles mit. Wir haben ja ein bisschen gelernt. Ich schnabuliere mir jetzt mal, guck mal, ich brauche ja eine Axt im Prinzip, um mir die Kokosnüsse hier fertig zu machen. Ich schnabuliere mir jetzt nochmal eine Kokosnuss. Und dann versuche ich nochmal einen Heil zu jagen. Aber guck mal, das ist ja blöd. Ich muss ja gar nichts mehr trinken. Ich glaube, nee. Ich nehme die mir nur mit und trinke die erst, wenn ich trinken muss. Vier Stück. Pass mal auf. Nimm ich jetzt VEV. Das ist ja verschwendete Ressourcen. Coconut? Drinkable. So. Oh, da ist wieder Roche. 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 Pass auf, jetzt hole ich ihn mir. Jetzt hole ich ihn mir. Ich hole ihn mir. Ich hole ihn mir. Und wenn der Hai kommt, hole ich ihn mir auch noch. Also wenn der Roche schon so viel braucht, ne? Wo ist er jetzt? Da. Okay, ich tauche schnell auf. Nehme das Messer. Wo mache ich ihn jetzt klein? Das funktioniert ja. Kann ich ihn rausziehen da? Ne. Scheiße. Komm da raus! Geht nicht. Warum geht das nicht? Ja. Ach doch. Was? Jetzt hat sich was bewegt? Lebt der noch? Hat der sich versteckt? Vielleicht nur. Oh, 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 oh. Das wäre natürlich geil, wenn ich jetzt hier auch noch ersaufen würde, weil ich es nicht checke. Ich sollte echt jedes Mal, wenn ich jetzt mehr gehe, speichern vorher. Hm. Safe Garme. Also mit dem Messer geht es nicht. Mit der Axt sowieso nicht. Rausziehen kann ich den da auch nicht. Das versuche ich aber nochmal. Wo war da jetzt der? Kann ich ihn jetzt wieder suchen, ne? Scheiße. Hä? Wo ist der? Alter, ich bin so der Pathfinder, ne? Das ist einfach unbelievable. Ähm. Äh. Scheiße. Wo ist der denn reingeschwommen? Hier in die Botanik. Da. Doch. Oder nicht? Oder ist der abgehauen? Ey, ich... Oh Mann, ey. Das ist... Ich glaube, der ist schon... Der ist schon decayed. Der ist schon weg. Das ist... Das ist sowas. Das ist nicht lang. Das ist leider, ne? Hm. Tut mir leid. Das... Leider nicht lange. So. Jetzt... Jetzt trinke ich mir einen. Ja. Und jetzt werfe ich sie ab. Und mache sie kaputt. Und dann... Was mache ich dann? Ich will ja irgendwo schon den Hai töten, aber... An meiner Insel. Und gerne... Vorher gespeichert hier auf meiner Insel. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Gehe ich mir jetzt noch mehr Ressourcen auf einer anderen Insel, fahre ich mit meinem Fluss und tauche zu Wracks, aber dann finde ich nachher nie wieder zurück. Ich verzweifle. Jetzt geht's endlich los mit der Verzweiflung. Ich könnte auch eigentlich die ganze Zeit mich hier wirklich versuchen, mit Kokosnüssen durchzufüttern. Die ja auf dem Open Visible offensichtlich sehr schnell nachwachsen. Vielleicht über Nacht. Das wäre schön. Guck mal, hier ist noch eine mittendrin. War ich auf der schon drauf? Was? Ah, da sind doch noch Kokosnüsse drauf, oder? Was? Muss ich wieder aufpassen? Dass ich hier nicht... Alter! Ich bin doch nur... Manu... Ich bin gar nicht verletzt. Ich habe nur Hunger gekriegt von meinem Sturz. Fau gut. Äh, ja. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Aber eigentlich brauche ich ja keine Angst haben, weil ich kann ja speichern. Ich glaube... Oh Gott, ey. Wie höre ich mich selber das jetzt sagen? Gehe ich tauchen nach Zeug oder... Da hinten ist die Insel von der ich kam. Gehe ich tauchen nach Zeug oder gehe ich auf eine andere Insel? Ich habe so Angst vor den Haien, ey. Ich habe so Angst. Die da hinten ist auch noch nah, ne? Bin ich vielleicht... Ah, das ist die gleiche. Das ist die gleiche, glaube ich, die ich gerade gemeint habe. Von wegen von der komme ich, oder? Okay, die habe ich jetzt hinter mir. Moment, jetzt gucke ich mal. Ah, das andere Ende. Boah, die sind alle so mega weit weg. Ja, das ist die Insel, von der ich kam. Dann... Ich glaube, die Sonne geht gleich schon... Ne, die geht nicht wieder unter. Oh Gott, ich mache mir in die Hose. Aber ich habe doch das Boot nicht hier um den ganzen Strand rumgezogen. Ich schwimme jetzt zu dieser Insel dort. Genau. Und wenn das alles doof ist, dann kann ich einfach wieder laden. So, wiev bin ich jetzt. Was lasse ich mal hier? Das Messer brauche ich. Den Speer brauche ich. Ähm... Die Axt brauche ich prinzipiell nicht. Doch, eigentlich brauche ich ja alles. Ne, ich brauche nichts, wenn ich zu einem Wrack... Aber ich will dann zu einer anderen Insel. Was mache ich denn überhaupt? Ja, sie weiß nicht. Die Axt kann ich mir neu bauen. Aber ich lasse... Zumindest schmeiße ich es weg und baue es mir neu. Habe ich hier noch Steine und kann mir das nachher wieder bauen? Ja, ich habe alles noch da. Alles klar. Okay. Und zu der Insel da wollte ich. Okay. So, das muss ich ja auch noch tragen immer. Das heißt, ich habe eine ganze zwei Slots frei. Aber die Kokosnüsse werde ich ja eh essen unterwegs. Von daher... Bin ich vielleicht doch von der Insel gekommen? Und habe mir das nur hier über die Steine geschleppt? Nein! Das nur hier über die Steine da vorne hingeschleppt? Nein! Nein! Boah, krass. Wie kann ein Mensch so verwirrt sein? Das ist einfach... Das... Ich glaube, das ist schon verdächtig. Preisverdächtig. So. Sarve Game. Habe ich schon gesarvet Game? Ich weiß nicht. So. Ich habe echt Muffe. Ich habe richtig Muffe. Muss ich sagen. Ich habe schweißnasse Hände. Obwohl noch nichts passiert ist. Aber ich habe Angst, dass ein weißer Hai kommt. Und der mich mit einem Schlag weg macht. Und ich dann schwimme. Und der hinter mir her ist. Und ich glaube, hier bin ich echt hergekommen. Nee, das ist... Die war näher dran. Das ist hier nicht... Ich ist auch egal. Dann... Oh Gott. Nein, 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 nein. Was mache ich jetzt? Warte ich, bis er weg ist oder so? Muss ich vielleicht dann einen Bogen? Kann ich vor dem weg? Jetzt geht die Sonne nämlich langsam und... Boah, nee, krass, nee. Das geht einfach nicht klar. Ich kann nicht... Echt nicht im Dunkeln. Wenn ich... Wenn ich weiß, dass nachher, dass es dunkel ist und ich hier unterwegs bin, das... Das packe ich nicht. Nee, Leute, das... Einfach nein. Nein und nein und nein. Ich so... Ich... Schlafe jetzt bis zum nächsten Morgen und dann versuche ich es nochmal. Das geht einfach überhaupt gar nicht klar. Außerdem muss ich gleich sowieso kurz eine Pause machen, weil ich muss nämlich essen. Ich habe nämlich mega, mega Hunger. So, kann ich jetzt schon schlafen oder was passiert dann? Pass mal auf, schlieb? Na, ihr könnt auch nicht sleep at night. Na toll. Dann mache ich jetzt mal in der Zeit irgendwas Unsinniges. Nee, das Holz lasse ich mir zum Feuer machen. Ich mache nichts Unsinniges. Nämlich... Quatsch, Quatsch, Quatsch. Sehen mich vielleicht die Haie nachts nicht? Der war gut. Ich mache jetzt schon mit meiner Axt die anderen Kokosnüsse hier fertig. Vielleicht wäre es gar nicht doof, erst das zu essen, was... Obwohl, nee, das wächst ja alles nach. Aber ich brauche ja für die anderen Sachen... Die muss ich ja kochen, ne? Die Krabben kann ich ja, glaube ich... Die kann ich ja nicht roh essen, ne? Voll Krabbenfleisch. Ich meine Sushi. Now we're talking. So, jetzt habe ich hier ein paar... Zwei, vier... Nein, nein, vier... Lasse ich da. Was muss ich? Muss was essen? Ja, aber das machen wir erst mal morgen früh, dass sich das lohnt. Jetzt warte ich erst mal... Und grille mir vielleicht noch ein paar Krabben in der Zeit, ne? Ich habe ja noch Krabben, die ich hier irgendwo hingeworfen habe. Wie viele Sticks muss ich denn da reinmachen? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich fünf, ne? Zwei, drei, vier, fünf. Habe ich natürlich nur vier eingesammelt. Zack. Zack. Kämpfer... Nein! Alter. Wie kann ich das denn... Ähm... Ah! Ah, okay. Ne, Moment. Ich nehme das in die Hand und dann use ich das so. Ah, okay. Alles klar. Klicke ich... Also, ich nehme es mit E auf und dann klicke ich einfach auf das Campfire sozusagen. Ah, sehr gut. Okay. Das heißt, das geht dann jetzt wieder an. Aber ich schlafe jetzt erst mal. So. Auf der Plattform. Im Bett, das ich nicht finde. So. Sleep at night. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal... Guck mal, jetzt sind die Inseln so... Na... Ich muss jetzt kurz hier Pause machen, weil OBS mache ich ja nie länger als eine Stunde in der Aufnahme, weil sonst kackt mein OBS mal ganz gerne ab, wenn ich die Aufnahme stoppe. Deswegen mache ich jetzt hier Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme in ein paar Sekunden. 24 Stunden. Tschüss. Uhr. U af. 16 Stunden. Uhr. 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 Huhries. Vielen Dank.